Offenau ist wunderschön gelegen, zwischen dem Neckar auf der einen Seite und Wies und Felder auf der anderen Seite. Inmitten durch den Ort GdB 27 mit dem gesamten Schwerlastverkehr der Region. Das bringt ein hohes Verkehrsaufkommen und viel Lärm mit sich. Umso wichtiger ist es, den Ortskern belebt zu halten und Wohnen und Arbeiten bei erträglichen Emissionen zu ermöglichen. Genau hierfür hat das Land 900.000 Euro an Städtebauförderungsmitteln bereitgestellt. Die neue Mitte Offenau. Berühmt ist Offenau durch sein Kornlupferfest, das hier am Neckar stattfindet. Jeder, der einmal dort war, möchte wiederkommen. Ich durfte beim letzten Mal das Bierfass anstechen. Zuhören, anpacken, gestalten. Auch in Offenau, auch zukünftig. Sei es beim Breitbandausbau oder dem Bau eines Vereinsheims. Unterstützen Sie mich dabei.